Wir haben ja als Union das Thema Familien in den Mittelpunkt dieser Legislaturperiode gestellt. Das haben wir im Wahlkampf versprochen und das halten wir natürlich auch. Angefangen damit, dass wir vor vier Wochen das Portal freigeschaltet haben, dass die Menschen das Baukindergeld beantragen wollen. Letzte Woche hatten wir dann im Bundestag die Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibetrag und diese Woche im Bundestag in erster Lesung das Gute-Kita-Gesetz. Gute-Kita-Gesetz, worum geht es? Eltern wollen, dass ihre Kinder gut betreut sind. Wer selbst kleine Kinder hat, ich habe auch zwei, der weiß, dass die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen, in den Krippen und in den Kindergärten wirklich eine ganze Menge leisten. Sie haben sehr vielfältige Kinder, die ganz unterschiedliche Förderbedarfe haben. Sie wollen sich mit jedem Einzelnen auch beschäftigen können, trösten, Mut machen, fördern. Wir wollen mit ihnen sprechen und wir wissen, dass leider viel zu oft viel zu wenig Zeit für das einzelne Kind bleibt. Wir wollen spezielle Bewegungsangebote, gesunde Ernährung und all das sind zu Recht die Anforderungen, die Eltern an eine gute Kinderbetreuung haben. Wir werden als Bund künftig die Länder und Kommunen dabei unterstützen und zwar mit einer ganzen Menge Geld. 5,5 Milliarden, das sind 5.500 Millionen. Mit 5.500 Millionen werden wir Länder und Kommunen bei dem Thema Kinderbetreuung unterstützen. Und was uns als Union wichtig ist, sind drei Punkte. Zum einen sind wir immer der Meinung, dass wir Wahlfreiheit und Vielfalt brauchen. Das heißt, wir werden nicht ein Modell allen Ländern überstülpen, sondern die Länder können selbst entscheiden, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Das kann das Thema Fachkindsschlüssel sein, das kann das Thema Stärkung der Leitung sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das können auch das Thema Tagespflegepersonen sein. Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist, dass das Geld auch ankommt. Wir wollen nicht, dass mit den Geldern Haushaltslöcher in den Ländern gestopft werden, sondern wir wollen von den Ländern ganz konkret wissen, wo steigert ihr die Qualität in den Kindertageseinrichtungen, wofür wird das Geld eingesetzt. Und da wird es auch Vereinbarungen mit den Ländern geben. Und der dritte Punkt, der uns wichtig ist, ist, dass tatsächlich was an der Qualität verbessert wird. Wir haben zwei Elemente in diesem Gesetz. Man kann Gebühren reduzieren. Auch das ist in verschiedenen Ländern wirklich notwendig, weil hier sehr hohe Gebühren vorherrschen. Aber wir sind auch als Union der Meinung, dass wahrscheinlich jedes Land auch Bedarf an Qualitätsverbesserungen hat. Und deshalb wollen wir eben auch, dass in allen 16 Bundesländern tatsächlich die Qualität verbessert wird, weil uns eben auch die Kinder am Herzen liegen, weil wir sehen, dass wir gerade in den ersten Jahren sehr viel für ihre Förderung machen können. Und weil wir wollen, dass die Eltern auch ihre Kinder einfach gut betreut werden wollen wissen. Und deshalb 5.500 Millionen für eine gute Kita-Betreuung und für eine Beitragsreduzierung. Das ist unser Beitrag als Bund. Und wir erwarten von Ländern und Kommunen, dass sie auch da das genauso umsetzen und vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.